In der heutigen Klasse haben wir über Notfallrucksäcke geredet, darüber, was in einen Notfallrucksack hineingehört, was sinnvoll ist, was weniger sinnvoll ist, wie man einen Notfallrucksack aufbauen sollte und vor allem auch darüber, dass man sich mit seinem Notfallrucksack auch gut auskennen sollte. Es macht keinen Sinn, Sachen zu kaufen und hineinzugeben, mit denen man sie nicht auskennt. Es ist vor allem auch sinnvoll, dass man sich wirklich viele Informationen holt, was für Ausrüstungen sinnvoll sind, wie man möglichst viel Gewicht sparen kann, mit was für Rucksäcken man einen schnellen Zugriff hat auf die Sachen und auch eine gute Organisation im Rucksack hat, also dass man wirklich ordentlich sortieren kann im Rucksack, wo was ist und dass man dementsprechend dann schnell darauf zugreifen kann. Es macht nämlich auch keinen Sinn, das beste Material zu haben und dann jedes Mal, wenn man es braucht, den ganzen Rucksack ausräumen zu müssen, bis man an den einen Gegenstand herankommt, den man wirklich braucht. Es ist natürlich sinnvoll, den Notfallrucksack immer daheim stehen zu haben, aber es ist noch sinnvoller, einen eventuell etwas kleineren Notfallrucksack immer mit sich zu führen. Man kann auch gerne ein kleines Notfallpaket ins Auto gehen bzw. im Auto kann es auch ruhig ein bisschen größer sein. Da kann man noch zusätzlich Decken reingeben oder vielleicht wirklich einen bisschen größeren Kocher, so einen Gaskocher oder ähnliches, sodass man halt, wurscht ob man gerade daheim ist, wenn ein Notfall eintrifft oder unterwegs ist, immer irgendwas mit hat, das einem das Leben und Überleben erleichtern kann. Ja, das war alles.